hey leute willkommen zurück zu einer neuen folge von pokémon feuerrot durch meine mikro probleme habe ich schon lange nicht mehr bespielt und ich habe keine ahnung aber egal ich will zu meinem papa und da fuhr noch näher in hypno hallo fragon hier ja gut ich weiß ja unsere pokémon nicht geheilt hat obwohl ich im pokes hinterstand oder nicht ich weiß nicht mehr aber ich hasse konfusion geht natürlich daneben trage und hier so dass du bist da richtig fangen sollen und das war so gruselig dankeschön irma wollte hier bär pflücken das ist für dich wie heißt du irma ist so fängstig bringst du mich nach hause okay lass uns ähm du hast du hast also irma gerettet wie kann ich dir danken irma schnuckepuck verzeih mir papsi wusste nicht dass du angst und probleme hattest schon gut papsi ich hab mich mit mädchen angefreundet wer nicht hallo so was ist das das für mich bla gesteine liebe bla okay oh das ist von bill richtig in meinem dank mondstein hallo hör zu bitte zeig mir erneut wie cool du bist äh nee bla bla i don't fucking care und was müssen wir jetzt tun heilen wenn ich jetzt mal sagen mía denn denn MR ik denn denn er pass Was kann ich eigentlich jetzt hier noch tun? Ach, wir gehen mal ein bisschen surfen. Okay, nein, gehen wir nicht. Kann ich ja irgendwie sonst noch was tun? Ich habe keine Ahnung. Verdammt. Du bist in Kommen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch was tun kann. Ach ja, da war ich schon, genau. Wir haben noch jetzt einen Mondstein. Das bringt mir das was, ich glaube nicht. Wo ist denn das Vieh? Wasserstein. Unnütz. Wir haben drei Mondsteine. Okay. Whatever. Steigst du jetzt auf dein Fahrrad? Faules Kind. Habi, da k- Habi, habi. Kühlen wir dich mit Donnerblöd. Splash. Und Splash. Nice, right, Ju? Sehr, sehr nice. Und Level 35. Buhu. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ich gehe einfach zurück, oder? Oh, ein und eins. Und noch mehr zurück. Und noch mehr zurück. Oh. Wie komme ich wieder zurück? Hilfe? Mami? Papi? Mist, verdammt. Ich habe keine Ahnung, wohin. Hier habe ich doch alles schon erledigt, oder? Wobei, das ist noch eine Höhle. Bunde Brücke. Irgendwas in der Brücke. Ähm. Ja. Danke. Schneiden, bitte. Ähm. Ich denke, wir haben ja schon gekämpft. Verdammt. Und natürlich im letzten Feld ist ein dummes Mira. Trapla. Nein, ich halte mich nicht mit. Bären auf. Hi, Kleines. Hi, Kleines. Du hast verloren. Gut. Ach. Ich weiß, wo wir sind. Hm. Oder nicht? Bärenforst. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ich möchte zerschneiden. Was muss ich denn tun, verdammt. Ich weiß nicht. Ich war die Kleine, habe ich gerettet. Was hat es mir gebracht? Nichts. Ich möchte einfach nur wieder von diesen verdammten Islands runter. Die Musik ist irgendwie beängstigend. Und ich kann mich nicht mal bewegen, ohne dass ein Tauboga erscheint. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir dich kalt. Ja, wir machen dich kalt. Und du hast natürlich eine höhere Initiative. Ich glaube nicht, dass wir dich direkt down kriegen. Oh, doch. Cool. Super. 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 Kann ich jetzt surfen? Ja. Ich möchte surfen. Was sagst du mir? Ja. Ja. Toll. Ist das da wohl diese Irma? Hm. Komisches Ding. Und zwar. Da unten ist ein Item. Das habe ich gesehen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Und das ist schon die halbe der Zeit rum. Fast. Was? Ich erreiche in diesem Part nichts. Ich hoffe schon, ich weiß, was zu tun ist. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich wieder hier runterkomme. Wir haben natürlich auch kein Pokémon, das fliegen kann. Warum auch? Naja, ist egal. Ja, ich bin entkommen. Gut, danke. Zerschneiden bitte. Ja. Danke. Tschüss. Top-Elixir. Na super, das hat sich fast gelohnt. Oh. Ein Oh-Wei. Komm schon, du bist ein Ei. Das ist noch schlimmer als das Ei bei der gestiefelte Kater. Keine Ahnung, ich sehe es aber so ein dummes Ei. Aber irgendwie auch lustig. Fahrrad, bitte. Okay, ich hätte auch die Abkürzung nehmen können. Ja, du Flur. Ich mag keine Käfer und Spinnen. Bei Pokémon gibt es ja, glaube ich, gar keine Spinnen. Aber egal. Komm ich hier wieder raus? Haben wir ein Flugzeug? Bringt mir das was? Äh, Pokémon nicht. Pokémon. Hey, Drogen. Hier, Drogen. Gut. Ja, tschüss. Danke. Wir können den beschissenen Weg wieder zurückfahren. Warte mal, da oben ist ein Kerl. Ein Typ. Hallo. Oh nein, komm nicht näher. Bleib mir bitte vom Leib. Wieso hast du dich verschwommen? Imke. Ist die bestimmt Imkerin? Na. Der war Lava, aber egal. Ein Kängler? Verarsch du mich? Down? Yeah, down. Cool. Mein Heidsch ist toll. Und es gibt... Ach, das ist nur ein Pokémon, okay. Jetzt habe ich nicht gelesen, was sie gesagt hat. Das interessiert mich eigentlich auch nicht. Haha. Hä? Äh, Fahrrad? Fahrrad. Ich fahre immer überall hinein. Weil ich so toll Fahrrad fahren kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich von diesen Scheiß-Eiländern runterkomme. Ist das ein Item? Ne. Wahrscheinlich nicht mehr. Das ist eine Höhle. Hallo, Dickie. Hey, du, wie geht es dir? Du fragst mich mal. Ich suche nach Gold. Und hier. Hier gibt es kein Gold. Dumm Kopf. Ähm, du, ich möchte nach... Nein. Ich wollte nicht nach Island 1. Na ja. Was gibt es hier? Was bist du? Irgendwas komisches gibt es hier. Oh, hallo, Maiden. Hi, Bill. Was hat dich aufgehalten? Hast du dich amüsiert? Wir haben es geschafft. Die Pätses laufen wieder. Das haben wir ja unglaublich schnell erleben können. Bill ist so wunderbar. Nein, es gab für mich nicht mehr zu tun. Seljus, das muss ich dir lassen. Du hast viel gelernt. Ja, wirklich. Nun, da hast du es. Meine Arbeit ist getan. Wir können zurück nach Kanton. Seljus, wir sehen uns. Oh. Endlich. Bla. Gegenüber. Bla. Bla. Toll. Jetzt kannst du schon nie weitermachen. Die Arena etc. Bla. Ja. Halt doch die Fresse, Bill. Ich will es hier rein. Ach, haben wir die schon geschafft? Ja. Okay. Wo muss ich sonst hin? Das Pokémonhaus. Nein, da waren wir auch schon. Ich habe keine Lust, den Weg zurück zu schwimmen. Pokémon Labor. Ich verschöne einfach meine Zeit ein bisschen. Lala. Soll ich mal was einkaufen? Dann bringe ich noch schön meine Zeit drum. Kaufen. Hypatron. Drei Stück. Trrrrng. Ja, das reicht dann auch schon. Danke und tschüss. Ähm. Äh. Karte. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir eigentlich alles für Orden? Ach, uns fährt nur noch einer. Okay. Gut, dann zerfen wir mal eine Runde. Gehen Osten. Nein. Mein Freund, da wäre eine große Perle geschenkt. Schön für dich. Mein Freund spielt mit mir Pokémon. Ätchi, Ätchi, Ätchi. Kassandra. Ihr habt alle auch so beschissene Namen. Muschas, Muschas. Du wirst gleich geblitzt, Dings. Krilliert. Das ist sehr effektiv. Was du nicht sagst. Äh. Austaus. Komm. Hallo, na? Ist irgendwie auch ein cooles Pokémon. Also sieht cool aus. Mehr auch nicht. Und es geht auf direkt down. You're going down. Level 36. Danke. Noch ein Muschas. Nein, ich will nicht wechseln. Und Donnerblitz. Bands. Und tot. Genauso wollen wir das sehen. Besiegt. Lass die Finger von meiner Perle. Ich habe was viel besseres als eine Perle. Ich habe ein Amulett. Bärtsch. Der Dach auch süß. Level 6. Mit so kleinen Gegnern halte ich mich nachher auf. Aber ich stelle mich hier auf die Insel. Hallo? Hallo? Gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.